so da sind wir schon bei der nächsten aufgabe hilft teammitgliedern bei eliminierung wie ihr seht wir haben schon dreimal hingekriegt mit dabei ist mein kleiner sohn der wird ein bisschen unterstützen oder ich ihn je nachdem wie man will und was unten die dem passive code angeht ganz simpel einfach in der video beschreibung gucken da werdet ihr halt das video finden wie du den code knacken kannst und wie du insgesamt gewinnen kannst aber ich würde sagen wir gehen jetzt direkt mal in die aufgabe rein dazu würde ich halt wirklich wegen den eliminierung einfach in dus reingehen der eine muss den anderen halt nocken und der andere killten dann wenn das ganze fünf mal gemacht das ist die aufgabe auch schon geschafft und ihr wisst ja wenn ihr irgendwie hilfe braucht schreibt unten in die kommentare rein mit epic namen ihr könnt euch auch gegenseitig helfen weil wir wissen ja selber dann ist der beste freund gerade nicht zu sprechen und dann sitzt man dann kann die aufgabe nicht machen so ihr wisst ja ladebildschirmzeit ist like zeit kommentiert zeit und wenn noch kein abonnent ist und ich schon öfters helfen konnte werden jetzt ein abo raushauen so da hoffe ich mal dass wir das jetzt hinkriegen wir haben es eben schon ein paar mal probiert aber irgendwie zur zeit ist so ein bisschen der warm drin in der ersten runde haben wir eben schon direkt drei kills gemacht wie man gesehen hat und jetzt hängen wir hier so ein bisschen hinterher wo sind wir am anfang noch mal gelandet ganz am anfang ja wo sind wir gelandet ach lachi wo sind wir gelandet lachi da sind wir gelandet lazy meinst du ja lachi ich dachte ja was ist denn lachi sollen wir da nochmal hingehen wir landen jetzt einfach bei das die depot ich hoffe ich werde hier stecken springst du mal raus ich spring immer bei 1000m raus ich weig müssen sie ja mal irgendwann hinkriegen jetzt sind wir auch ziemlich nah beieinander ja dein kleider ist jetzt immer noch nicht geändert hä warum ist er uns hu ich gehe oben drauf ja ja fast falsch an fast falsch an auch also ich halte denn nicht hä war ja nicht eben der mp Ach, die Empirer besteigen. Was ist denn hier ne Kiste? Hä? Was ist hier keiner gelandet? Wunder auf mich. Ach toll. Bisschen cluel als wäre man jetzt schlecht. Bisschen cluel. Und wenn hier gar keiner ist, müssen wir weiter. Links hier in das Lager, wo der Meteorit ist. Ja, da wohlt schon. Aber da ist ein schöner Zeug noch. Ich sehe hier mal nichts gebautes ab. Ach du hämmerst da wieder rum. Aber das ist lustig. Ich gehe hier schon in Richtung hin und du hämmerst da noch rum. Man sollte immer zusammen kommen. Hier ist ja auch keiner. Ja, wo sind die denn alle gelandet, ey? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da oben die Kiste. Ist das da schon durchgelootet? Also warst du da schon? Nein. Und wo ist da hinten? Man denkt dran wir sind außerhalb der Zone gell? Krass. Hier rennt aber auch wirklich keiner rum. Sollen wir mal Richtung Retail? Mal gucken, dass die uns entgegen kommen eventuell. Ja. Ja. Wurde von Metz. Na, hier ist ein Gegner. Ich weiß. Die wollen in die Zone. Die haben uns gesehen gestrumpft. Ja. Einer ist direkt vor. Ja. Okay. Promiert. Genockt. Schnell, den musst du kehlen. Ich weiß noch nicht woher liegt. Ich glaub der ist im Haus drin. Wo ist der? Auf jeden Fall ist der andere noch da drin. Hier ist der. Hier ist der bei mir. Bei mir. Schnell. Bei hinterm kam. Jetzt ist er runter geschwungen. Schnell. Mach hin. Dankeschön. Nein. Also so müsst ihr es halt machen. Ja. Ey. Er holst direkt die Skava-Megler. So. Wo ist der andere hin? Wo ist der andere hin? Meinst du? Ja. Hier bei mir. Zack. Pssch. Hat er sich hintergestellt. Hinten. Der Hund. So. Wenn wir jetzt nur einen haben. Dann haben wir die Aufklärung. Ist auch schon fertig. Eigentlich hätt ich ihn hitten müssen. Rausrennen. Und du hätt ihn holen müssen. Oder ähm. Einen Sniper halt. Ja. Ich hab dir direkt einen Headshot gegeben. Ja. Achso. Jetzt auch noch schnell. Falsch. Jetzt können wir so ein bisschen gucken. Am. Da. Vor uns. Vor uns. Banane. Wie süß. Probier du ihn zu holen. 30 Schaden hab ich ihm schon gemacht. Jetzt. Mach. Mach. Mach fertig. Mach den tot. Gott. Aufgabehammer. Ach da. Ach das. Das sind zwei andere. Das sind zwei. Du bist zwei. Ach so. Ach so. Ach so. Der eine hat Lowlife. Der ist genockt. Ja. Der andere ist immer noch da gell. Ach so. Der wird jetzt fallen. Über die Mauer weggeholt. Ach. Warum baust du da jetzt eine Treppe hin? Hier ist aber glaube ich noch einer. Nee. Wenn ich mich nicht verhört hab. Hier ist aber keiner. Aha. Hä? Doch hinten bei dem Berg. Da. Dahinter. Stopp da. Hier hat er hinten nur so. Da. Nein na ja. Johohoho loops. Schmeckt! Wie viel Meter war das? 156 schlos. Hast du 120? Yah. Ok du hast 120 Obgels. Ex-vale. Okay, der hat Happy Small Bomb. Na, aber Lust. Hey, der hat doch keinen Happy Small Bomb. Wir brauchen einen anderen Small Bomb. Plulife wär immer nicht schlecht. Ich hab, ähm... Hm, läuft wenig. Oder ich wäre Elbjordet. Warte, ich geh... Versuch. Boah, zum Glück hast du einen Spitz. Naah. Warte, komm, wir gehen... Wir gehen hin. Ja, der ist zu zweit. Was? War das der? Nein, der war oben. Ach, das waren doch zwei Starters, wäre der allein. Scheiße. Egal, ihr habt ja gesehen, wie die Aufgabe jetzt funktioniert. Wie gesagt, der eine Nock, der andere killt. Eigentlich dann eine easy Sache. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe. Und wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, Abo bitte nicht vergessen. Bis dann.